Okay, wir reden nicht lang, lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Blablabla, blablabla. The Rock Merke. Über mein T-Shirt lustig machen. Offizielles Schlaf-Shirt mit nem Faultier. Obwohl ich nicht faul bin, sondern ihr, ihr dummen Schweine. Blablabla, wir haben wieder Turn-Ons. Jemand hat sie für mich ausgesucht. Ich bin gespannt. Let's go! Okay, äh, warum ich das Intro so schnell gemacht habe, ist, weil mir schon gesagt wurde... Oh Gott, nein, nein. Was ist das schon für ein erster... Bro! Was ist das für ein erster Clip? Das war's für Sie. Das war's auch für mich. Hier wurde halt gesagt, wir haben sehr viele Clips und ich seh gerade sehr viele Clips. Und deshalb lehnt euch wirklich zurück. Also diesmal wortwörtlich. Holt euch Spekulatius und Tee, denn September, Oktober ist schon die Zeit dafür. Egal, was ihr sagt, ihr dummen Huren, genießt einfach die Clips. Let's go! Und schon wieder Black Ops 4 mit Thermal-Lokus. 3 und 4. Es ist so clean. 5. Es liegt. Digger. Oh nein, wo hat der weggekörtet? Hört euch nur diesen Sound an. Hört es euch an. Für mich ist das Sex. Nichts anderes. Das ist schon wie Jeremy Fragrance, Alter. Oh, ich will jetzt Sex haben. Okay, jetzt haben wir Six on, hieß es zumindest im Titel. Ich bin gespannt. Oh nein, erster Schuss gemisst. Aber dafür wird jeder weitere Schuss treffen. Colette. Colette. Und der sechste. Ich fick doch mein Leben. Es darf doch nicht wahr sein. Digger, was ist das? Ich würde auch so stehen bleiben. Ich will gar nicht wissen, wie der Typ rumschreit. Ich weiß auf jeden Fall, wie die Gegner rumgeschrien hätten, wenn die Mikrofone angewiesen wären. Ja, ich habe gerade einen Clip geschnitten mit sechs Ellotricksen. Wenn Carsten beim Kartenspiel betrügen möchte, dann muss er wohl Ellotricksen. Oh, eine Nihilater-Clip. Nihilater. Es ist so saftig. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8 oder 8. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was lässt es Collateral, aber wie er sich freut. Keine Frau kann ihn so glücklich machen. An dem Abend hat er mit seiner Freundin Schluss gemacht. Ja, nächster Clip. So geil, Alter. Ich brauche einen Schluck Wasser. Oder ich nehme, ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Es kommen zwei Halloween-Geschmäcke, okay? Morgen um 18 Uhr mit Code Haptic 2 kriege ich die 3 für 2. Will ich euch nur sagen. Aber der Apfelgeschmack, der saure Apfelgeschmack, wirklich, für mich, muss ich ehrlich sagen, einer der geilsten, wenn nicht sogar geiler als mein eigener Geschmack, muss ich leider zugeben. Alter, ich liebe diese Säure wirklich. Also gönnt euch, 3 für 2 ist wirklich nicht häufig. Code Haptic 2. Und wenn ihr nur eine Dose wollt, dann mit Code Haptic. Ab in den nächsten Clip. Der defused. Nee, doch nicht. Jetzt kommt ein Trickshot. Ich merke es schon. Ich stehe schon auf. Ich stehe schon auf. Ich stehe schon auf. Ich will es gar nicht. Bro, es baut sich auf. Es wird ein heftiger Trickshot, bro. Witzig, Mann, was für eine Mission, Digi. Nein, 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 nein. Die Bombe, die Bombe, die Bombe, die Bombe. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Das bin ich gerade. Das muss ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digi. Digi, ja, ja, ja. Oh mein Gott, Digi. Let's go, Mann. Come on, let's go. Let's go. Oh mein Gott. Digi, oh mein Gott. Ich f*** doch mein Leben. Es darf nicht wahr sein, Digi. Hm, ich überlege zu beenden. Ich kann nicht mehr. Was soll denn jetzt noch kommen, was krass ist, oder? Wir gehen mal in den nächsten Clips. Okay, OMW, Alter. Und die Gegner reden. Oh, ich liebe das. Jägermeister heißt der. Oh, ja. Oh, oh. Oh, ein Oskop. Oh. What the fuck? What the fuck? Der Heine. What the fuck? Okay, können wir kurz anhalten und uns die Gamertags angucken? Get on my Rollstuhl. Mit Z Reis im Clantag. Und mit Z Reis noch I, Princess und Zylid. Und wir haben Kaputtmacher im gegnerischen Team. Und dann haben wir Rockstar Mania mit Twitch TV. Oh, Snass Daddy. Musst du fast kurz. Okay, wir sind wieder in... Nee, diesmal Cold War. Ich dachte, jetzt Black Oats hier. Okay. Schöner Hardscope am Anfang, aber muss man es mal auch sein. Schön weggeholt. Oh mein... Nein. Oh, so unsatisfying. Nein, der ist Split. Und dann hört er auf mit dem Headshot-Feed. Oh nein, es hätte so schön werden können. Ist, ist... Okay, ist ein saftiger Clip. Geht es noch weiter, oder? Ich schwöre, wenn du... Er setzt hier einen Kack, du kleiner Hure. Erste Headshot-Feed. Und dann kommt erstmal ein Split. Und dann wieder kein Headshot. Was sagst du dazu, VMP? Also ich finde, du solltest mich jetzt küssen. Oh mein Gott. Okay, Locos, Alter. Locos klingt auch so nice. Oh, 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 oh. Weiter, 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 weiter. Wo sind die Gegner? Nein, nein, noch. Nein! Da war ein Collateral. Da war ein Collateral. Ein potenzieller Collateral. Guck mal, jetzt guck, da laufen zwei. Genau da. Nein! Der Feed, das sind die einzigen Feeds, die mich glücklich machen. Ihr scheiß Fußfetischisten. Okay. Er jumped hier in... Oh, oh. Nein, die leihen sich... Oh, oh, oh. War das Scott Collette? Ja. Bro, warum hast du denn nicht aus? Guck mal. Einmisst der, aber das war Schicksal, dass er den eingemist hat. Das war Schicksal. Oh nein, Intro, Digga. Wo leben wir? Also willkommen zurück in 2013. GHK wird auch die Folge carryen. Hat mir... Der Typ, der ist ausgesucht... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und da gab es noch ein letzte Killcamp. Alter, das ist so gestört. Also der, der ausgesucht hat, meinte auch schon, GHK wird das carryen. Aber es war Klaas. Eigentlich der Sniping-Klan in Deutschland. Solltet ihr unbedingt mal auschecken. Echt gute Jungs, die machen auch sehr viel. Und ich sehe schon im Titel vom nächsten, dass wieder GHK und dann wieder GHK. Okay, also gehen wir einfach rein. GHK, Tappy, D.C. und danach wieder. Das sind die Jungs, die sind wirklich krank. Die sind wirklich krank. Oh, oh, Digga, hört nur hin. Oh, 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 oh. Weiter, Bruder, weiter. Ja, ja, oh, oh, oh. Nein, weiter. Wer macht heute? Was soll ich noch sagen? Auch der Rhythmus, nur der Rhythmus. Achtet auf den Rhythmus, es ist wie eine Symphonie. Ich hab jetzt erst den Einen gesehen, der sich im Chat aufregt. Ich sag euch, in 50 Jahren wird im Museum ein Bild hängen, wo das zu sehen ist. Weil das ist reine Kunst. Okay, wir sind bei GHK Juri. Die haben Spaß im Black Ops 1. Oh, nein, er macht die nicht. Er macht die nicht durch die Wand, oder? Nein. Oh mein Gott. Nein. Alter, was? Nein. Oh mein Gott. 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 Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Was ist das wieder, Digga? Was soll ich denn noch sagen? Was soll ich euch noch sagen? Okay, und wir sind wieder bei einem GHK-Member. Ich glaub, der heißt Kalypso. Kalypso? 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 Nein, mit dem tollen. Auch wenn der Typ schützt, aber nein. Nein, nein, nicht noch. Nein. Nicht noch den, oder? Nein. Okay, nein. Nein, nein, nein. Jetzt hört's aber auf. Es kommt nichts mehr, oder? Machst du noch was? Gott sei Dank. Alter. Bro, es ist noch was. Ich weiß gar nicht mehr. Können wir das überhaupt hoppen? Ich mein, wir haben Trickshots und Feeds. Wir haben alles im Sniping abgedeckt. Wir können die Folge auch einfach nur GHK-Snipe nennen, oder? Ich versteh das nicht. Ich bin wirklich, ich bin einfach sprachlos. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich mein, wir haben irgendwie noch sieben oder acht Clips vor uns und ich bin jetzt schon. Ich hab keine Kraft dafür, Alter. Okay. Oh, den kenn ich auch. Der heißt iGutsMovement. Er ist genauso ein schlechter Streamer wie der andere. Aber er spielt Komp. Er spielt immer Komp. Er spielt auch erst. Nein, Zeit on. Digga, es darf nicht, was? Was sehen wir hier? Das sind keine schlechten Gegner. Er spielt Competitive. Er spielt Game Battles. Da unten seht ihr das. Digga. WTF? Er ist so fassungslos. Er weiß nicht mehr, was abgeht. Oh, Mann. Und er fährt einen sehr alten Mercedes, was ihn sehr sympathisch macht. Leute, ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Im Com, ein Sight on mit einer Sniper. Und dann auch noch Nose Go. Ja, ich... Geh mir in den nächsten Clips. Das heißt, Kurt Colette im Com-Match. Er macht Nein, er macht nicht. Hab ich das gerade gemacht? Klar, es ist Lucky, dass sie es leihen, aber Bro. Hab ich das gerade gemacht? Bro. Ey, clipp mal bitte jemanden im Stream. Digga, warum hastet der denn nicht aus? Das war ein Competitive Match, Bro. Hä? Vor allem die Spiele in SND wäre es in einem anderen COD gewesen. Da war es noch 4 gegen 4 und nicht 5 gegen 5. Dann wäre er losgelaufen in einem Competitive Match. Er hat einen Schuss gesetzt und die Runde wäre vorbei. Einfach so. Ich sehe Quad Colette Pallington Nuketown im nächsten Clip. Mal gucken. Also er ist schon am Double Wine als gäbe es keinen Morgen. Ähm... Es geht los. Auch wieder der Beginn. Genau wie der andere Clip eigentlich. Der Stunty wahrscheinlich? Ja. Zack. Alter. Es ist so sad. Nein. Er misst ihn. Er misst ihn wieder. Nein. Nein. Er hört einfach auf. Besser so Bro. Hört euch mal diesen Hitmarker hier an. Das klingt wie die Motorsäge, Alter. Es sind 4 Hitmarker. Brrrr. Aneinandergereist. Schöner Clip. Weiter geht's. Okay. Wir sind in Cold War. Oh Gott. Die Map war so gut. Hier kommt Paddle. Hat so Bock gemacht. Also Stellung. Digga. Digga. Was geht denn hier? Der Clidersplit. Schon wieder Collateral. Digga. Er trifft. Er trifft. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Der Sound ist sogar weg gewesen. Und den Ohr wie hat er aufbekommen. Digga. Was war das denn? Ganz normal. Ah es kommt noch ein Clip. Hat er geschnitten. Nicht ich. Digga. Was war das für ein Clip? Ich komm gar nicht zum Verarbeiten gerade. Ist zwar alles Split-Feed. Aber Digga. In welchem Rhythmus der sie holt. Der Sound war ein paar Mal weg leider. Aber man sieht halt. Ein PC-Sniper kann vom Rhythmus her, von der Schnelligkeit her, so viel mehr machen als jemand auf Konsole. Also mit Controller. Schreibt es in den Kommentar. Ich finde beides geil. Aber das ist halt von diesem Rhythmus. Dieses Bam. Bam. Immer on point. Wieder YouTube. Okay. Dieser Clip heißt Satisfying. Oh World War 2. Wirklich. War erst nach sehr vielen Updates sehr sehr gut. Was sehr schade ist, weil viele Leute weggegangen sind davon. Okay. Bis jetzt nichts besonderes. Aber jetzt geht es los. Ab in den Spawn. Headshot. 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 Und... Quad Headshot. Oh mein Gott. Gott sei Dank hat er es gemacht. Weil eine Nanosekunde später hat jemand einen Kill gemacht. Das wäre ein Split. Headshot Feed. Ich glaube wir hatten noch nie so ein Niveau in so einer Folge. Lasst ein Like jetzt. Jetzt sofort da. Lasst alles stehen und liegen. Eure Eltern, eure Freunde, eure Freundinnen. Ihr habt die eh nicht, weil ihr seid alles Gamer. Lasst ein Like da. Okay. Der hier ist einfach nur sick. Ich mag das, wenn es auch im Titel nicht so steht. Ah. Was ist denn immer mit Thermal los? Obwohl in DO3 war das wirklich... Nein. 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 Er hat nicht ein Triple Colette durch die Wand, Digga. So oft wie Oh mein Gott gesagt wurde in der Folge sind wir alle gläubig geworden. Okay. Wir sind in Black Ops 4. Die Map hier war... Okay. Sie war nicht krass, aber noch nicht schlecht. Ich merk sie eigentlich. Ab und zu hat man hier echt gut gespielt. Lässt sich Zeit mit dem. Okay. Sein... Ah, sein Peacekeeper Aim ist jetzt nicht das Beste, aber... Okay. Am Ficken mit Mikro... Wurren so ein... Bussi. Fick. Alter, ich hasse die Mikro. Danke. Oh Mann. Nein, er miss. Komm schon. Oh. Oh. Nice. Und? Nice, Alter. Nice. Jetzt geht weiter. Ja. 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 Nein. Schade. Wie er ausrastet. Okay. Das war... Ich hab so Killcam. Ich hab so Killcam. Mega Kill mit Sniper. Nenn mich... Gott. Ah. Ah. Ich will sehen. In... In 4K. Ah. Lade mal Klipp hoch. Uuuuh. Gott. Ja, Digga. Ich würde eigentlich gern was dazu sagen, dass es nicht der krasse Clip ist und ich wollte erst sagen geile Reaction, aber ich denke es ist besser, wenn ich ab jetzt nichts mehr sage und den nächsten Clip anmache. Okay, es ist der letzte Clip. Und egal was kommt, es ist egal. Ja, okay. Er boxt die. Es muss ein besonderer Clip sein. Es ist ein besonderer Clip. Perfekt. Es schließt perfekt diese Serie ab. Jetzt noch ein Trickshot. Jetzt noch ein Trickshot. Ja. Er macht's. Er macht's. Er macht's. Ja. Perfekt. Es darf nicht wahr sein, Digga. Was ist denn heute los? Was ist heute los? Von allen Folgen. Und ich mach das seit 2017, glaube ich, die beste Folge, die wir jemals hatten. Und ich möchte, dass ihr die Likes explodieren lasst. Okay? Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Schreibt einen Lieblings Clip in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin.